So, jetzt geht es zu die nächste Mission, etwa die letzte, oder auf jeden Fall die zweitletzte. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob wir jetzt dritt, vier sind und über drei oder vier machen müssen. Wir werden jetzt eben rausgefunden. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob wir jetzt nicht mehr dritt, vier sind wir jetzt nicht mehr dritt. Also, So, it's loading. Hey, what do you do here? Owen? I, I, I follow, I follow Karimel. You should do that, I hope you will. What a hell of a bitch. Das ist ein Mikro, das ist ein Snick-Groß. Oh no. Bet you can't keep up with me. Oh, so geht. Lina Ah, das ist mir doch auch alle Seele, wenn ich so meine Ich bin ein Blatt, ich bin ein Blatt. Ich bin ein Blatt. Ich bin ein Blatt. und auch. Ich komme nachgeben. Es reicht nicht. ... ... ... ... ok ok aber der andere ist nicht weg komm öff öff die Kiste herr er er der er ist er 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 neus also aber jetzt zurück zur mission dann haben wir noch Wasserlilien äh 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 stein da ah das ist besser also das muss schon full charge sein aber mit full charge ist das erledigt ok das ist aber schon was in dem game man kann schnell abdriften und so und so dann schnell Pflanzen einsammeln oder so dann schnell Minze schnell fädeln uja jetzt hat es Fokus angefragt fokussiert vorbei jetzt muss man uns so fokussieren Essen wäre für unsere Hexen etwas und für die Hand für noch wenige nein ich komme zwischen 2 ok ok 1 2 ent 2 1 2 2 2 2 3 1 Ah, jetzt haben wir schon mal die Mönsterpip. Das sind eben noch Unterschiede, wie die hier, die Kleinen, die Anemo-Kristallviehchen und die anderen, die etwas grösseren, die umschreiben. Diese zeigen einem eigentlich mehr einen wichtigen Ort. Und die anderen kann man hier einsammeln, für was auch immer. Dann ist es noch hier. A reward on the road. Mal schauen, was das da auf dem Dach ist. Was jetzt mit dem Delf sind? Das war's für heute. Das war's für heute. Und das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, jetzt wieder ist. Mit der Flamme, ich denke, ich komme. Das war's für heute. Und was mit der Hand ist, ist Axe für Aerial Damage. Das macht natürlich auch keinen Schock. So, auf drei Stück ist es nicht so gut. Aber das war's für heute. Aber das war's für heute. Ich habe eine kleine Schock. Ja. Ja, wir sind schon abgestattet, ja. Ich würde mal super gelaufen. Ähm, jetzt nehmen wir gleich bald wieder. Okay. Ich mache das Wildschwein, das habe ich nicht getan. Also, schauen wir mal auf die Maid. Okay. Wenn wir da noch eine Challenge. Ich glaube müde. Gut. Ich glaube, vielleicht auf der Auflösung sehen wir es auch nicht. Also, das ist dann irgendwie etwas. Einfach eine Mission, aber es gehört dann jetzt nicht zur Tagesmission. Das heisst, ähm, Schinkendorf. Ja. Nein, das heisst, ich glaube, wir könnten mal zurück zur Albertentür-Gilde. Ja, da vorbeigehen hat man recht, dass wir unsere Belohnungen schon bedient haben. Diebische Elster. Sind das nicht die, die uns unser Zeug halten? Drecklich. Da ist ein bisschen gelegt worden. Drecklich. Ich hoffe, dass man es wiederholt hat. Ich bin froh, dass ich euch das Ganze sehe. Schau dir das ganz schnell-Bereich. In welcher Falle, wir versuchen, das schnell ein schneller zu machen. Wir sind die Tahalle für deine CD-Bereich. Nein, nein, das ist nicht. Ich weiß, dass deine Freunde aus allen Gelegenheiten kommen. Meine Request ist der mehr presumptuelle Art. Jetzt müssen wir urgentemente Menschen finden. Wir organisieren Expeditionen, um zu explorieren die Stadt und in der Wildern. Es ist eine Art, um sich zu informieren, ob irgendwelche Gefahr, ungewöhnliche Aktivität in den Domänen und so weiter. Was ist das, was du gesehen hast? Deine Freunde sind voll überall. Die können wir natürlich nicht in den Geld verlassen. Aber sie können sie schon haben. Als Expeditionen nicht durch eine dritte Partie verpflichtet sind, gibt es keine Stricte Deadlines für die Begründung. Aber wir verletzten sie auf unserer Peril. Wenn die Probleme zu fassen... Das ist ziemlich wichtig, dann. Alles, was du tun musst, ist zu überzeugen, dass sie helfen. Nichts. Nichts. Ja, komm. Einfach mal raus hier. Figurwand. Wir müssen jetzt einen dafür abstellen. Das ist halt schwierig. Die sind schon alle recht geil. Aber dann hat er. Weil er macht eigentlich das gleiche wie die Chiara. Als Main. Und sie. Also ich glaube... Sie ist halt schon sehr gut. So Aerial Damage. Aber auf die andere kann ich fast nicht verzichten. Okay. Zwei von zwei. Also ich möchte jetzt... Ich kann die Figuren nicht mehr nutzen. Also ich möchte jetzt... Matching Risk with Experience... Also für... Thanks again for your help. Ich hoffe... Ja. Das hätten wir. Wobei... Ich kann sie immer noch nutzen. Oh, wie gesagt. Okay. Okay. Hm. W reserve. Kiff Gold. Oh, ihr dürftet ihr. Äh. Except. This is a token of the guild's gratitude. We received many new commissions every day and without the effort if you complete enough commissions each day you will be eligible to claim your adventure or handbook keeps a record of how many adventures you complete each day. It is a weird thing to say that in the game it is a token to claim that you claim your daily rewards on the days that you complete sufficient adventures. Or just a behavior. Please note that helping a fellow adventurer to complete a commission all we encourage you to work actively with your fellow adventurers. Hello. Or money money the rich man's world. Okay. Abenteuer dp. Friendship dp. Okay. Good. Ehm. Bam bam bam. Auchin. Ich tue factziene. I Globbar. Abenteuer dps. Lorenz. We dass du mit ihnen neun dieisen wir nicht in, ohne. disorderspsahuasca wie es ist. Zumal das so. Okay. Ja. Spieren. Okay. Ja. Da haben wir noch verfolgen. Ach, verfolgen wir da haben wir noch. Ja, probieren wir es mal. Ja. Ich steile Felsen, Mann. Da ist früher schon. Zumal da Pisa. Da. Let's go! Ja. 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 Sie haben die ganze Zeilen. Ja , die ganze Zeilen. Ja. Ja. Ja, okay. Das ist ja okay. Das ist Chini! Wohohohoho! Heavy agripte! Das ist so ein Faschmier. Das ist so ein Faschmier. Fuck, können wir die wieder belasten? Oh, 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 oh. Das ist nicht der Ende. Das ist immer noch gut. Oh, das ist doch klar, ich kann mich nicht mehr machen. Hm. Oh, das ist nicht zu fast. Oh, ja, das ist jetzt so. Oh, ja, das ist jetzt so. Alter macht aber auch die Brust dämlich. Das wird in der Zeit geblieben. Ich hoffe, dass ich mit mir nicht behalte. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht so gut bin, dass ich nicht so gut bin, dass ich nicht so gut bin, dass ich nicht so gut bin. Ich bin so sorry, ich bin als Pro-K-Spieler im Gegenteil Aber ich glaube der ist vielleicht etwas zu hoch für uns Ich meine, wenn wir in den Büchern hätten wir jetzt vielleicht schon geklatscht oder hätten wir für den ganzen Bossfight nur einmal diese Tawhau Art gehabt Jetzt sind wir schon recht und braun Ja, vor allem verwirschst du mich trotzdem an dich Perfekt auch so aus dem Bereich bei Musik Na, da muss ich eigentlich nicht dass ich direkt mit dem Auf Anwenden Auf Sie Ok Und 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 Komm, du bist. Drop! Crumble apart! Let's go! Let's go! Droh! Starfall! Bet you can't keep up with me! Uh! Ha! 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 Oh! Never Surrender! Jetzt müssen wir hier noch ein Hühnchen drücken. Hier. Okay. Hier auch. Okay. Gerade noch ist. Ah, jetzt haben wir die Augen nicht zu Ende. Oh, jetzt haben wir die Augen nicht zu Ende. Jetzt haben wir die Augen nicht zu Ende. Das war's. Das war's. Das war's. Die Augen nicht zu Ende. Jetzt haben wir die Augen nicht zu Ende. Hier im Freezer. Also ihr auch noch ein Hündchen drücken, alle nur noch ein Hündchen drücken. Oh, kann man eher nicht mehr drücken? Ah verdammt, in dem Fall haben die auch einen Cooldown. Und dann, wie oft man sie wiederbelebt. Starfall! Ja, 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 ja. Starfall! Cool it! Dodge this! What's the hurry? Cool it! I'm getting tired of this game! Was... Unex... I can't... Boy... That's too bad. That's it! Maybe I wasn't meant for this... That's it! Maybe I wasn't meant for this... World... Go, go! Very funny! Ha! Ha! Bet you can't keep up with me! Try not to enjoy this too much! That's cheating! Not so hard! Tired! Freeze! Humm... Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig mit ihr zu leben. Jetzt fahre ich weg. Ja, nur noch sie im Glück, dass sie so kommen. Oh. Ich bin ein bisschen näher. Oh nein, ich werde meine Schäufe verhören. Alter, was?! Gottverdammt, ich meine... Das Menü passiert sozusagen. Aber dieses... Why? Oh Gottverdammt. Was ist das für ein Scheisskristall? Ich bin ein Scheisskristall. Ich bin ein Scheisskristall. Ich bin ein Scheisskristall. Ich bin ein Scheisskristall. Habe sie verhören... Ich bin ein Scheisskristall. Was ist das? Noch mal was rein drücken Ah, das ist jetzt halbwegs genug Jetzt muss ich noch überleben Nicht lange, damit ich die anderen auch wieder überleben kann Ich kann auch nicht Nein Aber außen ist es einfacher Das andere Trick kann man sich nicht mehr finden Oh Fuuuck Sieht die, so will happen Uh oh Drop! Starfall! Drop! Starball! Shake! Drop! Und wenn man durch seine eigenen Barrieren geblockt wird. Aber wir können dann sogar schaffen. Das ist ein enormes Land, das ist ein enormes Land, das ist ein enormes Land. Also, die Verhältnisse zu dem, was wir vorher gemacht haben. Ah, fuck, nein, 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 nein. Ich kann sie nicht einmal zerstören. Also, ich hoffe, es wird jetzt in einem neuen Durchgang einfacher zu zerstören. Oder das Leben bleibt weg. Sonst wäre es extrem frustrierend jetzt. Wenn du literally den ganzen Boss auf keine Güfe runtergrindst. Und es nachher einfach nicht funktioniert. Weil du zu schwach bist, um die fucking Dinge zu killen. Das wäre es nochmal. Ah, das macht er immer. Jetzt können wir aber dafür wiederbeleben. Ah, sie. Und ihr noch etwas rein shoppen. Oh, so sorry. Cool it. Stop es. Ah, du bist da. Oh, oh, oh. Untertitelung ab 20.30 Uhr Was ist das? Get frostbite freeze what's the hurry Ah! This... doesn't look... good. Ah! 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 Tchuh! Nya! Huh! Ah! Was the hurry? Dodge this! Freeze! Es ist lange geblieben, aber zum Beispiel können wir dann auch den Futter, um es wieder aufzuhalten. Aber wir müssen jetzt auch nicht mehr betreiben. Ich kann nicht mehr Trämisch machen. Was? Nicht wahr, oder? Obwohl er nicht mehr so weit oben ist. Ich glaube, ich kann ihn nicht zerstören. Wie, wie Kura. Auch Hatergrinder, auch Hatergrinder. Wie, wie? Ansonsten! wie war mal so weit weggebekommen? Das ist ein Ist. Die Flutzer, auch wenn ich nicht dafür bin. Jurter! Das ist so weit weggebekommen. Das ist so weit weggebekommen. was war es die Erregter des Läuft? Ah! 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 Was ist das? Oh. Was ist das? Was ist das? Oh! Mal machen, füttern. Okay, aber jetzt... ...ich haben wir uns schon mal da an das Leiste. Das ist ein Oldfall. Ahhhh, haben wir gesiegt, ooohhh, das war so richtig so grind 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 Die des Sp resides so...also wegg'nie, nie erwartet das Schwinglich so alles lemon desse ist so weit kollabiert das ist aber schon uregel sondern so richtig so,nein nein,nein nur so richtig so so...holt er an den Clip wie so billig so...so....alls 후보 mit soенияm piins geleblich Wie... Aber ich glaube, dann machen wir nochmal einen Kochfakt. Ja, aber das brauchen wir nicht. Nein, das haben wir schon. Ja, ich glaube, dann machen wir mal eine Pause. Ich meine, wir haben jetzt hier, wenn ich das richtig sehe, etwa 53 Minuten Aufzeichnung. Also, wir haben jetzt die ganze Praxis noch mal Bosskampf gemacht. Ja, am Anfang noch etwas rumgelaufen, aber ja. Ist doch eine gute Folge. Dann machen wir Pause und machen wir noch einmal weiter. Jo, jo, jo. Hey, hey, hey. Okay. 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 Okay.